Oh, jetzt hab ich schon mal Feuerlöscher. Oh, wir müssen Matze treffen, ich hab Handschellen. Hast du? Ja. Warte mal, dann musst du das gleich mal machen. Nein. Oh, was ist denn das hier? Walkie-Talkie. Oh, Lisa, hier ist ein dicker Helm. Guck mal. Hast du ihn gesehen? Brauch ich nicht. Was? Guck mal die Handschellen um. Ich dir? Ja, und dann den Sack über den Kopf ziehen. Nein. Doch, ich will das mal sehen. Ey, du hast dir den doch selber über den Kopf gemacht. Was soll der Scheiß? Das sieht doof aus. Los. Doch, ich mach den Stream kurz an. Wisse, mein Akku vom Handy ist leer. Gut, und dann kommt ein Zombie. Wetten? Ja, geht ein Stück hervor, da. Oh, stopp. Okay, jetzt musst du den Sack in die Hand nehmen. Ja, du hast doch die Hand stellen gar nicht um. Warum nicht? Weil du dich bewegt hast, du doof. Jetzt sind sie weg. Ich kann deine Klamotten angucken. Weil ich gefesselt bin. Ja, jetzt sehe ich's auch. Hinlegen. Ich bin in der gleichen Stadt, wo ich vorhin verreckt bin. Weg, warum kann ich mir den scheiß Helm nicht wegtun hier? Das ist doch doof. Das ist nicht wahr. Du hast einen Helm auf. Kannst du den nicht wegtun? Ach doch, den kann ich dir da hin tun. Den kann ich nicht. Das musst du machen. Hast du den auf? Ja. Ich steh nicht. Ach was. Ich steh. Du brauchst einen Schweißerschirm. Nee. Kannst du mal die Eier schießen? Da hast du ja gar keine. Don't wiggle. Don't wiggle. Das ist so geil, ey. Der ist so krank. Den Sack wieder vom Kopf nehmen. Ich. Ja. Nö. Der war nichts. Nee, ehrlich jetzt. Kann ich nicht. Doch, du musst wieder auf mein Menü gehen und dann den Sack rechts klick irgendwie. Keine Ahnung. Ey, mach mir den Sack vom Kopf. So. Wo ist dein Helm? So. Du musst den Helm da hinten liegen. Ne. So, jetzt wiggle. Leg die hin und wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Sie ist am Wigglen. Das sieht aus. Sie reibt sich am Arsch. Guck mal, wie das aussieht hier. Ich muss den Highlight machen. Wie du dir am Arsch rumrohr reibst da. Nein. Andere zahlen da viel, viel Geld, um sowas zu sehen.